hallo herzlich willkommen auf meinem youtube kanal darf ich euch präsentieren mein lipo heizcover 2.0 warum 2.0 das verrate ich euch gleich darf ich mich vorstellen man nennt mich so fangen wir mal an dann will ich euch mal den koffer aufbau erklären zunächst habe ich einen ganz normalen alu koffer bei ebr steigert 19 liter da kann sich natürlich jeder seine größe selber aussuchen der wurde komplett mit 20 mm strukturplatten ausgelegt und verkleidet mit alufolie und er hat ja für die interne stromversorgung für den transport kommt hier ein akku rein hier draußen haben wir dann die externe stromversorgung da kommen wir gleich noch zu und hier ist die heizfolie dazu gibt es zu sagen wenn ihr die direkt aufklebt solltet ihr darunter luft haben also nicht direkt das sturopor darunter ich habe in dem fall ich da 20 mm unter der heizfolie nun 10 mm verlegt dass da luft ist weil der schmelzt sie weg dann werde ich jetzt mit euch mal den anschließen mal die interne stromversorgung dazu habe ich hier 8000 mAh akku der hält schon eine ganze weile der ist ja gut isoliert der heizkoffer legen wir mal hier rein schön passend gemacht dann schließe ich den balance an der ist am lipo warner das piepst also da habe ich für den akustische warnung habe ich hier öffnungen rein gebohrt hier vorne sind auch zwei dass ich das besser höre da schließen wir mal an los am plus minus am minus so und dass das schöne aussieht kommt hier eine verkleidung drauf einhändisch geht das bisschen schlecht so das loch ist für die luft zirkulation die dreht sich dann hier eisum kreis hier unten ist ein ventilator 12 volt auch hier ist schon warm heizt schon alles hier haben wir also das bedienfeld hier habe ich den an und ausschalter hier kann ich den koffer ausmachen falls ich mal die klappe öffne um akkus rauszuholen oder rein zu legen oder anzuschließen dann habe ich hier nun mal eine allgemeine voilzahl hier habe ich eine grüne led verbaut für die stromversorgung womit ich gerade einspeise intern oder extern hier haben wir das relais was die temperatur steuert was fast jeder einbaut der denn wer einen lipo heizkoffer baut aber jetzt kommen wir mal dazu warum ich den 2.0 nenne ich habe jetzt eine konstruktion gemacht wo ich die lipos in den lipo koffer aufladen kann dass die immer warm bleiben zum laden rausholen werden sie wieder arsch kalt und dazu habe ich hier stromanschlüsse die nach innen verlegt sind und hier vier balance stecker und so sieht das von innen aus da schließe ich dann die akkus an so das machen wir jetzt mal aber bevor ich jetzt den akku anschließe habe ich was vergessen man soll ja die lipos direkt auf die heizfolie legen dazu habe ich dieses alublech angefertigt mit einer schutzverkleidung dass ich da nichts beschädigt wenn ich es mal raus holen das wird man jetzt noch mal schnell rein machen ist wichtig so einhändlich geht das natürlich alles bisschen schlecht aber setzt so dann wird man mal den lipo anschließen brauchen wir jetzt mal adapter jeder lipo anschließend den eigenen so habe ich mir das vorgestellt den akku so jetzt habe ich mal den lipo akku leider ohne alles angeschlossen aber wer schon mal lipo angeschlossen hat der weiß ja was gemeint ist also der wird jetzt hier angeschlossen wie am normalen ladegerät plus minus und im balancer stecker so jetzt könnte ich hier vier lipos anschließen und die schönen im temporierten koffer warm halten dass die nicht kalt werden so sowie in schließt man das jetzt hier draußen auch an zwar alles ein bisschen mühlich aber modellbau macht ja auch irgendwie spaß basteln so würde hier der balancer dran kommen hier kabel das habe ich leider noch nicht fertig muss ja mal ins bild und das minus kabel so und das könnte ich jetzt hier vier mal machen brauchen wir aber nicht und dazu kommen wir dann eben die vier lade hin wird dann da angeschlossen wie ganz normal und dann kann ich alles schön heizen so dann sind wir auch zum ende gekommen ich hoffe euch hat mein lipo heizkoffer 2.0 gefallen und wie gesagt wenn ihr noch fragen habt könnt ihr das gerne in dieser infobox fragen beantwortet sie so schnell wie möglich und gerne und wünsche euch noch einen schönen tag und viel spaß in zukunft mit euren modellbau hobby was ihr alles euch so einfallen lässt dann eure